So Leute, herzlich willkommen wieder zu, ähm, ja, Drang's Prophet. Ja, ich hoffe, es gefällt euch soweit dieses Projekt und wir kommen nun zu unserem nächsten Dungeon, Havanna nach oben. Ja, und, äh, ich schließe euch jetzt das nochmal weiter vor. Es wurden jetzt in der Nähe des Waldes, äh, ja, Waldriesen entdeckt und sind nun zu einer Gefahr für 100 geworden. Die, äh, Bewohner glauben, dass das Beste ist, diese mächtigen Riesen aus Havanna oben zu vertreiben. Sie sind auf Hilfe der Ossierer angewiesen. Ihr könnt hier zum Beispiel Erkundung, ihr könnt dieses Abenteuer leicht erkunden, passend für Anfänger, empfohlen, Spieler 1. Oder hier, ähm, Abenteurer, der Banditenhaufen nimmt genauso schnell zu wie die Spieler. Passend, äh, für fortgeschrittene Spieler, die empfohlene Spielerzahl ist 3. Wir nehmen hier 1, weil wir müssen ja nicht gleich durchdrehen. So. Da schlägt sich euer Geatobi jetzt hier so durch. Den haben wir nach oben. Hier sind auch andere Spieler noch mit dabei. Ihr werdet nicht glauben, wenn ich gerade, äh, gerade getroffen habe. Dieser Mann scheint uns im Hintergrund zu helfen. Er hat mir sogar eine Aufgabe aufgetragen. Da drinnen ist eine Gruppe um Paviane. Haha, Paviane. Und sie sammeln eine Frucht namens Manink... 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 Wildbirne. Er sagt, diese Frucht, äh, könne von der, äh, von den Symptomen befreien, die durch verseuchtes Wasser verursacht werden. Ich bin aber kein guter Kämpfer. Deswegen wurde ich zum Torhü... Hüten degradiert. Tja. Könnt ihr tief in Havanna oben eindringen und Manik Wildbirnen für mich sammeln? Was gibt's denn uns? Oh, wir kriegen jetzt dafür auch noch einen Drachen, äh... Oh. Insignen. Yeah. So, dann gehen wir mal los. Wow. Was bist du denn für ein Großer? Werden die immer größer, oder was ist da hier los? Echt? Die werden immer größer hier, die Riesen. Wahnsinn. Hier liegt auch immer Blut so rum. Hier alle voll am rumfighten. Aua, das hat wir getan. Gar nicht so schnell das Ausgewichen hier. Oh, 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 mein Raptor-Drache. Ah, nein, oh, wie weit kann er werfen? Mein Gott, ey. Boah. Schon wieder. Es geht bei euch ab. Ja, klar. Oh, 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 oh. So kann man sich nochmal kurz erholen. Wow. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen auf die Gegner. Vielleicht kann ich wieder den nächsten Trank nehmen. Dann ist hier gleich die Abklätenzeit wieder vorbei. So. Können wir hier Heiltränke nehmen? Kein Plan, wie ich hier das hier auswählen kann. Da steht ja auch gar nichts. Ich nehme einfach jetzt da so. So, weiter geht es. Schauen wir uns mal hier oben. Auf M. Dann müssen wir hier oben ein paar Vianen erledigen. Oder hier unten. Da haben wir ja schon welche. Wow. Da haben wir noch viele Gegner hier. Ja, hau mich um. Wir müssen aber sonst nichts Besseres zu tun, ne? Wow. Oh, alter, wie die abgehen hier. Aua. Immer trifft er mit seinen ödigen Steinen da hinten. Zack. Oh, da kriegen wir auch nicht was. Jetzt kämpfen wir gegen mal ein Pavian. Oh, ah, ah. Komm mit, du. Aber irgendwie macht die gar nichts. Langweilig. Da war ja einfach below. Steht ihr einfach nur rum und lasst euch töten? Oder was geht, brauche ich ab? Hallo? Okay, lassen sie einfach töten. Manik, Wildbirnen. Rucksack ist voll. Mist. Ähm, B. Beutel, B. Äh. Gehen wir auch mal weg hier. Brauchen wir alles gar nicht. Könnte man eigentlich auch theoretisch verkaufen, aber die haben jetzt bestimmt nicht so einen, ja, großen Wert. Dass man sagen könnte, öh. Das könnte man jetzt voll fresh verkaufen. Für die paar Lumpen, die man da kriegt. Alles nehmen. So. Wir bauen ja noch drei Stück. Alter, hier ging ja ein richtiger fetter Kampf ab. Na, komm her, du. Hast du Angst? Uh. Scheint er wohl. Dein nächste Pavian. Komm her, du. Die Pfeile bei ihm rumstecken. So. Fühlt dir überhaupt nicht weh, ne? Überhaupt nicht. Kommt hier noch irgendwo ein Pavian? Ein Pavian brauche ich noch. Hallo? Willst du die Donnie respawnen? Ich guck mal auf der Karte. Ich muss die Donnie respawnen werden da, oder? Hm. Werden die auch mal... Alter, lass mir Ruhe. Komm mal ab. Oh, der kann... ...kann schon weiter zuhauen. Ja, besiegt. Oh, der gibt uns was ganz cooles. Das läutet irgendwie ganz grün. Purer Drachensplitter für Drachenzauberwiderstand. Was auch immer das ist, hört sich nice an. Aber ich warte immer noch auf die Paviane. Ich geh' einfach jetzt mal weiter nach vorne. Boah. Ist aber ganz schön viel... ...was los. Ist da hinten irgendwie was? Fantastisch. Da hinten ist ein Pavian. Da auch noch einer. Oh, jetzt kämpfen die mal. Da bin ich mal interessiert. Was ihr so drauf habt. Wow. Kloppt irgendwie jemand auf uns zu. So, den Quest haben wir jetzt geschafft. Dann gehen wir mal wieder schön zurück. Für mich nicht weiter mit den Anliegen eigentlich. Yeah, yeah, puh. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ausdauer. Was ich noch machen könnte, ist ja B und, ähm, Mittelheiltrank. Und dann heilen wir uns noch ein bisschen. So, da hinten ist unser, äh, Questgeber. Gehen wir schleunigst wieder zurück. Ah, die können nicht mehr rennen, oder? Also, unsere Ausdauer muss erstmal wieder steigen. So. Das ist also eine Mining-Wildbirne. Endlich können wir die vergifteten Dorfbewohner retten. Wir werden ewig in eurer Schuld stehen. Hier ist eure Belohnung. Ich werde den Häuptlingen berichten, was ihr für uns getan habt. Sure, danke. Dankeschön. Dankeschön. Und da, wieder was? Ihr werdet es nicht glauben. Wenn ich gerade, äh, wen ich gerade getroffen habe. Dieser Mann scheint uns... Achso. Wir können das also jederzeit wieder machen. Toll. Ähm. Schauen wir mal. Wir müssen wieder zurück nach Hunark. Wir können wieder zurück. Ja. Scheint so. Cool. Ah, da sieht man das sogar, wo wir jetzt sind. Oder? Oder? Das ist einfach nur so wild. Ich dachte jetzt, äh, wo es hell so scheint. In der Zechnung sind wir. Naja. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Hunark. Da haben wir ja schon mal die erste Dungeon gesehen, Leute. Das ist doch auch mal was. Die erste Dungeon hier. Yeah. Geil. Können wir auch richtig so rumtauchen? Ja, das können wir. Geil. Das geht durch. Das können wir sogar irgendwie unendlich. Wir können ja auch unseren Drachen benutzen. Komm mal her, du. Können wir irgendwie auf den Rauch steigen. Aua. Aua. Hilft uns sogar mit. Cool. Das ist ja mal fett. Aua. Hornrückenkäfer. So. So. Der will immer voll mit ihnen hier so kämpfen. Aber der macht irgendwie so Schockschaden. Geht voll durch. Wie kann ich denn jetzt nochmal auf den Reiten hier auf unseren Drachen? Ach so. Da muss ich ja immer nur checken, wie ich auf den Reiten kann. Mal schauen. Wo haben wir unser Questgeber hier in Hunak. Da oben ist der ja. Sieht man schon. Den grünen Haken. Hopp. Da bist du ja. Da bist du ja. You know I have slain a dragon with one hand. Courage is might. Waring for might. Ha. Lalalala. So. Dann gucken wir mal für die nächsten Quest. Können wir den Milizbuchler. Was können wir hier nochmal? Aha. Scheint irgendwie so eine Dungeon vorzuzeigen Da waren wir ja schon mal Verbrennt Quelle der Trankverschmutzung Na super Dann hätten wir auch da bleiben können Ich denke mal Das werden wir in den nächsten Part wieder machen Ich danke auf jeden Fall für's Zuschauen Und seid wieder dennächst dabei Wenn wir nochmal in Havanna umgehen Und diesen einen Quest dann noch erledigen